Freut mich, sie kennenzulernen. Okay. Kinder-Spiele. Es ist eine Zeitfrage, wenn sie die Phase schon haben. Ich lasse es jetzt die eine Einheit auch machen. Weil die Opfer ja jetzt nicht so, wenn sie da geschickt waren. Ich kann mir das ja schon mal angucken. Okay. Ich schätze mal, hier werden Stützpunkte sein oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Bin allzeitbereit. Rücke vor. Ich wollte sie kennenzulernen. Einheit und Einheit. Vorsicht! Ich verstehe. Das ist gut, wenn sie verstehen. Wir wissen, ob hier noch Einheiten sind. Nein, hier sind keine Einheiten. Mehr. Dann speichere ich jetzt wieder ab. Weil es sieht aus, als wenn es ab jetzt erst wird. Ich habe nur ein kleines Tiberium-Feld. Rücke vor. Ich verstehe. Ich will jetzt aber noch gar nicht. Ich warte lieber noch kurz. Ich will erst mal gucken, was hier im Tiberium ist. Einheit wird angegriffen. Kinderspiele. Ich verstehe. Ja, ich fürchte halt schon, dass es jetzt erst losgeht. Das wird ein Spaß. Okay. Positiv. Okay. Rückzug, Rückzug, Rückzug kannst du nicht. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Okay. Okay. Dann gespeichert habe ich ja ... ... hab ich sonst nichts gemacht, außer immer nach der Runde gelaufen. Dann wollen wir mal ... ... das ganze Zeug da reinbringen. Ja, ich befürchte auch, dass es jetzt losgeht, Lucy. Ich befürchte es auch. Und keine Verteidigungsanlagen. Das ist auch immer ganz besonders toll. Okay. So ... ... hat keiner gesehen. Ich meine natürlich, jetzt wollen wir das erst ... ... schicken wir die erst alle da hin. Das ist natürlich ... Feindliche Einheiten in Sicht. Was jetzt? Auf in den Kasten. Einheit wird angegriffen. Positiv. Der gefällt mir. Okay. Rücker vor. Ich verstehe. So. Einheitsziel erreicht. Neue Bauoptionen. Initialisiere Video-Ablick. Commander, Sie müssen dieses Gerät beschützen. Sie werden dazu unsere besten Waffen erhalten. Die Avatar. Dann brechen Sie mit deren Hilfe aus und lassen Sie dich nicht warnen. ... wird angegriffen. Empfange Nachricht. Wir müssen die Waffe bis zur Ankunft der Avatar-Kampfbots beschützen. Ja, okay. Hört sich sinnvoll an, ne? Einheit verlosen. Einler eingestellt. Ein Ziel. Neues Urlaussziel. Jetzt wird geerntet. Bau. Klaus. Bau ab. Was brauch ich denn? Oh ja, was ich baue? Dann baue ich die doch auch weg. Dann baue ich die doch auch weg. Ähm... Ich bin... Ich muss mal eben kurz speichern. Hehehe... Hehehe... Ich glaube, ich hätte gerne eine zweite Fahrzeugfabrik und davon ein paar für Fahrzeuge und so ein paar. Feindliche Einheiten in Sicht. Sie werden nicht angegriffen. Die 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 Sie müssen klingend ihr Kraftwerk verbessern. Einsatz bereit. Der Behalte aufladen. Waus. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Weiterhalt, berühmter. Kann man so viel drängen. Steinfanzer einsatzbereit. Waus. Unzureichende Mitte. Stattdruck. Oh, ich mag die Mission nicht. Ich mag die Mission nicht. Ich mag die Mission nicht. Steinfanzer einsatzbereit. Stellt euch vor, ich weiß, dass ich angerichtet werde. Einheit verlogen. Feindliche Einheiten in Zeitung. Ja, Leute. Unterstützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschossen. Obelisk platziert. Er wollte auf den Weg. Das ist der neue Schlauer platziert. Bau abgeschlossen. Danke. Gebäude on. Bis zu wenig Energie. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gebäude offline. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Warum bin ich jetzt wirklich weggegriffen? Das ist der neue Schlauer platziert. Die greife ich auch von da an. Ja, gut, okay. Das ist jetzt echt super gelaufen. Ähm. Ja, laden. Ähm. Ausbildung. Das ist ja. Baut. Bau abgeschlossen. Baut. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Baut. Das geht nicht wie gut. Der Einfalt ist eigentlich. Einheit wird angegriffen. Einheit verlogen. Das gehört jetzt einfach wieder. Bau abgeschlossen. Obelisk platziert. So, die kosten aber 20 Stunden, das ist mega heftig. Eine Mission, ein Ziel. Reparatur läuft. Machen wir unseren Job. BAU. Einheit befördert. BAU abgeschlossen. BAU abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Obelisk platziert. BAU. Einheit verlobt. Feindliche Einheiten in Sicht. Das sieht doch schon besser aus. Nicht viel besser, aber besser. BAU. Einheit befördert. Ausbildung. BAU. Einheit verabschiedet. Ausbildung. BAU. Einheit verabschiedet. Ausbildung. BAU. Einheit verabschiedet. Ausbildung. BAU. Einheit verabschiedet. Ausbildung. BAU abgeschlossen. BAU. Obelisk platziert. BAU. Einheit verabschiedet. So, ich bin der Ziel. Jetzt haben wir einen Bonusziel. Dafür haben wir schon erreicht. Drei Stück platziert. Sprechen wir mal ab. BAU. BAU. Feindliche Einheiten in Sicht. Geheimdienstdaten aktualisiert. Gut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. BAU. 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 Stealth-Panzer-Einsatzbereit. BAU. Wir kämpfen für NUT! BAU. BAU. Angriff! BAU. Einheit wird angegriffen. Antworten zureichend in Mitte. BAU. 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 Ganja. Man kann Tantans каб SAI schon. Einheit wird angegriffen. Ja! Nein! 1 1 1 1! BAU. Ist 7,000 PSRJURN Nur diehaft verbunden- Dann das hier ähnliches davon. 2 2 Ant Firenarell wwwx versus drivingarm Nothing- Aufsehen! Aufsehen! Einheit befe... O-Manda! Entsatztruppen nähern sich vom Osten. Offen! Nein, 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 nein! Nicht nur! Fertigungs-Bumpen wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Tiberium fällt abgebaut. Einheit wird angegriffen. Verstärkungen sind eingetroffen. Feindliche... Sie müssen dringend ihr Kraftwerk verbessern. Ziel erreicht! Hallo! Lass mal rein! Ja, wahrscheinlich wenn ich gerade arbeite, eine Sache ausgeräumt. Eskortieren sie die Waffe durch das GDI Lager nach Norden zum Primetempel. Achso, ja, wenn es sonst nichts ist, natürlich nicht. Ich meine, ich bin gerade sowieso hier am... 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 hier... Sammler wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ja... 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 Ja gut, okay. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Aber irgendwie mache ich das. Feindliche Einheiten in Sicht. Geheimdienstdaten aktualisiert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bauunterbruch abgebrochen. Reparatur neu. Aufpassen. Niemand sieht mich. Einheit wird angegriffen. Einheit verloben. Es gibt viel zu tun. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Bauunterbruch. Soldaten! Einheit besser. Vorwärts. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Reparatur läuft. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich muss halt nach Norden dann besseren. Ich sag schon gar nichts mehr, weil ich voll konzentriert bin. Äh... Ja, irgendwo muss das nicht schaffen, ne? Ich muss halt irgendwie grad den Norden besser schützen. Und das hier, in Anführungsstrichen, geht halt noch irgendwie. Aber... Der Norden ist halt nicht mehr angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Verstärkungen sind angewärmt. Wir können die Sanktierkamp 2. Da bitte aufstehen bleiben. Obwohl, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, wenn ich jetzt... Was... Was... Wenn ich jetzt speichere, na? Ja... Initialisieren. Empfangen Nachricht. Eskortieren Sie die Waffe durch das GDI-Lager nach Norden zum Kleintag. Ja... Die schwarze Hand wartet. Der Stützpunkt wird angegriffen. Neues Urlaub-Ziel. Feindliche... Avatar-Kampfbots können andere Nordfahrzeuge ausschlachten. Rüsten Sie einen Avatar mit Flammenpanzern, Stealthpanzern oder Nordmods auf. Ja... Feindliche Einheiten in Sicht. Die Fersong ist für euch. Die Bärigung ist hier verloren. Die Bärigung ist hier verloren. Bau abgeschlossen. Bestriebsbereit. Einheit soll angeboten. Merke ich, dass Sie jetzt später das Glück haben, dass Sie auf meinem Bier schon fällt, nicht geabflogen haben. Auf zu den Kristall. Vorsicht jetzt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Hier sind Sie noch nicht fertig. Ich warte. Ich warte. Betriebsbereit. Einheit wird angegriffen. Erledigt. 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 Waren initialisiert. Warum? Wo ist man denn? Initialisiert. Reparatur. Warum nie, ne? Ich warte. Warte, warte mal. Kann ich da nicht hier? Bau abgeschlossen. Kinderspiel. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich weiß, ob das nur bei dir bleibt. Ich arbeite allein. Ja, das ist ja mal hier. Das Kraftwerkbombe wieder. Initialisiert. So, und jetzt soll ich halt irgendwie... Ausbildung. Unzureichende Mittel. Ich weiß... Ich weiß wo. Was soll ich machen? Tiberium ist die Lösung. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bitte auch immer gerne da. Jetzt lassen wir bitte erstmal das Feld ein bisschen regenerieren, ja? Dann passt das schon. Feindliche Einheiten in Sicht. Reparatur läuft. Freigelegenheit. Richter für Betriebe bereit. Ziel bestimmt. Der Stützpunkt muss jetzt mal kurz aushalten hier. Natürlich. Feindliche Basis in Sicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Die Stützpunkt wird angehört. Ich schaff das, gut. Mach mal ruhig kaputt, was man kaputt machen kann. Dann weiß ich vielleicht, schaffe ich es von denen die Energie abzudrehen oder was weiß ich. Ich schaff das nach da und mach das auf der Seite auch noch mal. So, und ich speichere erst mal ab. Bei Speichern bin ich ohne Schaden. Jaaa, kann ich machen, vielleicht kann ich da mit den Shadows das bereichen, muss ich aber nicht. Ich schaff das mal ab. Ach, ich schaff das mal ab. Ich schaff das mal ab. Aber ich schaff das mal ab. Aber ich schaff das mal ab. Jaaa. Ziel bestimmt. Das muss ich hier einfach gut machen. Eliminieren. Zerstören. Unser Nussprung wird angehebten. Einheit wird angehebten. Feindliche Einheiten in Sicht. Jetzt sind sie da. Aber ich glaube, mit den Avataren komme ich relativ vulgarisierend an die Außenstütztruppe dran gerade, das heißt, ich brauche das Geld. Eine missionliche Basis ist ich erstmal mit. Was fällt denn, dass der eine fällt? Ihr schafft das! Unverschütztruppe wird angekündigt, endlich! Ich brauche den Heimer. Der nächste. So. Alle Systeme bereit. Brücke vor. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen ist abgeworfen. Wahrscheinlich nur so ein küsse Ding, ne? Andriff. Pulverisieren. Endlich. Feindliche Basis in Sicht. Vorwärts. Ertet so viel, wie ihr könnt. Feindliche Einheiten in Sicht. So. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Was jetzt? Die beiden auch. Natürlich bin ich bereit. Betriebsbereit. Er steht hier. Einheit wird angegriffen. Den kann ich ja platzieren, weil er ist ja eh fertig. So. Ähm, habe ich da was überhaupt noch? Okay, ich warte. Ja, hab ich noch Platz, aber gut. Aber wo sind denn hier noch Kisten? Ach, hier unten waren noch welche, ne? Ohne jede Spur. Ja. Mit dem Wind. Genau. Feindliche Einheiten in Sicht. Stealth-Einheit geordnet. Die Schwingen von Mard. Das ist unser Weg. Unterwegs. Schnell. Ich zeig euch erstmal wieder ein bisschen Geld. So. Ähm. Jetzt könnte ich meine Avataren... Ach so ne, warte mal. Obwohl doch. Erstmal speichern, dass ich das Geld habe. Das Geld soll klug investiert sein. Das Geld Geld. Vielen Dank.